Okidoki, nächstes Level, Steamboat. Äh, was macht der denn da hinten? Äh. Ich weiß ja nicht, ob man ihn da treffen wird. Oh, er ist kurz vor Ende ausgewichen. Naja. Oje. Ach du Scheiße. Na gut, fängt direkt gut an. Hahaha. Ja, ja, ja. Nimm dies. Will ich natürlich mal ganz kurz gucken, was passiert. Ja, man darf nicht, äh, rausfallen. Aber das ist schon mal ganz gut zu wissen. Hier hat man in dem Beiboot paar Sachen. Wie sieht's hier oben aus? Man kommt hin, aber ob das schlau ist, wahrscheinlich nicht. Andererseits. Ah ja, guck mal. Zack, direkt schon mal Secret gefunden. Ein Life Seed. Da brauche ich den Spinnenschlüssel. Den werde ich mir bestimmt von irgendeinem der Mitglieder, äh, holen können. So. Aua. Das hier nehmen wir doch auch mit. Guck mal kurz hier. Ajo. Einfach paar Sachen mitnehmen. Und jetzt geht's nach oben? Oder nee? Erst hier rein? Nee. Hm. Na ja, ja, ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Na, die funktionieren nicht mehr. Die Automaten wie frech. Zombie-Blood-Shooters, 3,99. Lava with Lime, 4,99. Oder der Red Bad Twist für 5,99. Aber die wirklich coolen Hose hier natürlich. Warm-Ridden Filth. Für 6 Euro. Beziehungsweise wahrscheinlich Dollar. 6,66. Plus Tax. Na gut. Oh, upsie. Naja, den einen wollte ich nicht wirklich killen. Ist es nur blöd gelaufen. Okay. Na, hier werde ich auf jeden Fall einen Schlüssel brauchen. Ne. Zum Thema Schlüssel. Danke. Hier ist nichts mehr. Okay. Der will die Brains von dem Typen essen. Ich werde es nicht zulassen. Easy. So. War ich hier noch nicht? Ah. Na gut. Oh, wow. Für so einen Raum einen Cloak zu haben, ist doch eine schöne, schöne Sache, oder nicht? Das ist doch wunderbar. Immer schwer, aber dass wir nicht mehr schaffen werden mit dem Cloak. Na, die beiden zumindest. Oh, never mind. Da ist ja noch einer. Ei, ei, ei. Okay, das hat jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr Schaden gemacht, als es nur nötig gewesen wäre. Aber alles gut. Wir haben ja... Oh je. Wir haben da ja noch den Arztkoffer. Ich glaube, den benutze ich auch direkt. Let's go. Ich sehe dich. What the? Okay. Ah. Da sind die Übeltäter. Na, wo ist der Zombie hin? Ich glaube, ich bin nicht ernsthaft, dass ich dich entkommen lasse. Da hast du dich aber geschnitten. So, ist hier ein Secret. Naja. Ja. Oh, warte. Ich habe sogar ein Life Seed bekommen, oder? Ja, nice. Hier geht es nicht durch. Okay. Ja, ja, ich sehe schon. Oh, upsie. Ich wollte nicht. Zwei schmeißen. Weg. Loll. Nice. Hilfen wir den da durch? Ja. Nice. Perfekt, perfekt. Läuft doch eigentlich ganz sauber. Bisher. Ist das, ist das eine Jurassic Park Referenz? Irgendwie, wo der, wo der Raptor in dem Käfig ist, oder so? Okay, mehr haben wir hier, glaube ich, nicht erst mal. Dann gehen wir hoch. Okay. Gegner sind neu hinzugekommen, IC. So. Du stirbst, bitte. Danke. Na gut, dann müssen wir jetzt wieder nach oben und durch die andere Tür. Die ich nochmal finden muss vor allem. Wo ich jetzt gerade nicht, nicht mehr ganz so sicher bin, wo die war. Aber allzu weit kann sie ja nicht sein, ne? Oh lol, habe ich das nie. Habe ich das mir nie angeguckt. Ah. I'm not that hungry. Ah. Ah. Au. Verdammt. Naja, hier kommen viele neue Gegner rein. Muss man echt aufpassen. Okay. Exit. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, wo das was gemacht hat. Wir müssen wieder zurück in die... Naja, hinter die Spinnentür. Und auf jeden Fall vorsichtig sein dabei, weil ich glaube, da werden wahrscheinlich wieder neue Gegner auf uns warten. Ich sag mal so, solange es nur Zombies sind, ist okay. Ich bezweifle nur, dass es bei Zombies bleiben wird. Ja, ja, ja. Das bezweifle ich sehr stark. Wo es bisher verdächtig ruhig ist. Ja. Oh, nice. Na, aber das hat jetzt reingedrückt. Ja, was soll man machen? Ich glaube, hier müsste aber auch noch... Ja, hier zumindest... Liegt hier sonst noch AP? Yeah, nice. Also, geht doch. Das ist doch in Ordnung. Ist zwar immer noch ein Problem, weil wir keine Rüstung mehr haben, aber... Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ah, lol. Oh, frech. So, wie reagiert ihr auf Feuer? Ich glaube, ihr brennt nicht mal, oder? Ich glaube, euch ist Feuer egal. Na, ja. Es ist, wie es ist. Wo ist denn der andere hin? Lebt er noch? Nee. Äh, doch. Da ist er. So, stirb bitte. Danke. 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 Zack, zack. Danger. Ja, nice. Verduften wir jetzt mit diesem kleinen Boot hier an. Das ist ja cool gemacht. Lol. Okay, man kann es wieder zumachen. Warum auch immer. Naja. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ist, dass dieser Secret-Counter ein bisschen verpackt ist. Naja, naja, naja. Äh, ja. Ich gucke mal, ob ich irgendwelche Secrets vergessen habe, aber würde einfach mal schon mal sagen, dass man sich beim nächsten Ende wieder sieht. Bis dann. Ciao. .